Seit wir Läufer, wir fordern, werden wir aber gemeinsam mit ihm anlaufen werden. Und mein Ding hat gesagt, wenn es Wetter mit spielt, wenn die Gruppe gut ist, dann ist alles möglich. Er hat sich richtig gut vorbereitet, da gab es sich dran ausgesetzt. Und mal sehen, wie ihr heute gesagt habt, ihr abschneiden würdet. Aber in jedem Fall ein richtig interessantes, spannendes Rennen ist angesagt am heutigen Tag. Das wird Ihnen zunächst mal, wenn Sie jetzt hier rauslaufen und gewonnen sind zu ziehen. Und zunächst mal holen Sie sich Ihren Applaus auf, meine Damen und Herren. So, und damit haben wir dann die ersten Stabblöcke auf die Reise. Sie sind schon 20. Sie sehen es. Jetzt holen wir die nächsten Stabblöcke auf die Reise. Das haben wir noch auf die Reise.